Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spor. Ja, in der letzten Folge haben wir unser, ja unser volles Gehirn ausgeschöpft. Wir haben ein riesen Gehirn, keine Ahnung, also wir können jetzt schon in die nächste Stammphase eintreten. Was das aber jetzt genau ist, weiß ich gar nicht. Ich will aber einfach mal unsere Kreatur, ja ein bisschen weiterentwickeln. Bevor wir in die Stammphase dann sozusagen eintreten werden oder besuchen werden. Schauen wir mal, was da passiert. Ich weiß es ja auch nicht. Und ja, das Ei ist schon mal... Hey. Ja, der Tanz, der freut er sich. Da freut er sich echt, okay. So, mein Kleiner. Wir werden mal gucken, ob wir... Ob wir... Oh. Ich würde sagen... Ich würde ihn ein bisschen aufrechterhalten. Bisschen mehr... Bisschen mehr... Womens... Ähm... Kann man das jetzt nicht ändern, dass das... So ein bisschen gerade ist. Ähm... Können wir... Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus, aber... Der Opa-Körper ist schon mal gut. So. Das sieht ein bisschen tricky aus. Ich will, dass es aufrechter ist. Noch aufrechter, wie es schon ist. Ähm... So, naja. So eher nicht, ne. He. Ich will hier schon so ein bisschen... So, ob es einen Oberkörper hat. Ich will es halt, dass es ein bisschen besser ausschaut, ne. Da passen die Arme nicht richtig dazu, ne. Was sind die Knie? Kann das sein. So. Ich finde die Oberschenkel noch ein bisschen... Zu dick. Werden die zu dick gemacht? Hab ich die echt zu dick gemacht? So, dann machen wir hier noch ein bisschen... Dünner. Genau. Und ein bisschen... Dicker für den Popo dann. So. Wie schaut's aus? Das sieht doch schon mal hier... Schon ein bisschen aufrechter aus. Aber ich finde es hier unten noch ein bisschen zu... Dünn. Und ich finde... Ein bisschen... Ein bisschen... Mauer sind die... Hier mit dran, ne. Dass die... Ne, so nicht. So wollten wir das... Ja, das sieht ein bisschen... Na ja, ein bisschen... Ja, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Und hier, das sieht aus wie so ein kleiner... Plump... Und hier... Die Arme so ein bisschen nach vorne... Und hier... Und hier... Das ist ein bisschen... Das sieht doch schon ziemlich nice aus, oder? Ja... Kann ich ein bisschen kleiner machen... 1... 2... 3... 4... 5... Okay. So, okay. Sehr schön. Das gefällt mir schon mal. 1... 2... 3... 4... 5... Achso. Hat 5 Füße. Ja, hat 5 Füße. Oh Mann. Und die Arme finde ich auch so ein bisschen... So krass. Einfach... Arme nochmal gucken. Die Tarnfinger. Oh, die Tarnfinger. Ja. Was ist das? Metallfleischer. Schlagen. Jene, mene, du... Ich weiß es nicht. Haha. Witzig, oder? Ah. Ich kann mich jetzt... Ich weiß es nicht. Die sind schon ganz schön nice aus. Aber... Die Tarnfinger sind auch nochmal richtig nice aus. Aber da ist sie... Ist sie schlagen auf 4. Da ist sie auch schlagen auf 3. Pust du nie... Ich weiß das ist schlimm die hier. Also... So, hm... So, kann man es ja laden. Schon noch ein bisschen... Ein bisschen... Ja... Ja... Ja, genau. Genau, genau, genau. Dann können wir das noch ein bisschen höher machen. Dann können wir das noch ein bisschen kleiner machen. Genau. Die Augen müssen wir auch anders machen. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber... Ja, 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 das wird schon so langsam. Ich bin halt so, bei so Sachen bin ich immer halt so ein bisschen, ja, bin ich halt ein bisschen pingelig. Ich weiß nicht, ob die Arme so okay sind oder nicht. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das so okay ist. Ich werde jetzt erstmal gucken nach einem neuen Mund. Den Mund würde ich jetzt nicht sagen. Das sieht ja auch gefährlich aus. Wollen wir den Mund mal probieren. Das sieht ja auch richtig geil aus, ne? Dann tun wir den mal weg. Beißen, rahmen, singen. So, den möchte ich ein bisschen kleiner haben. Sieht ja aus, naja, sieht aus wie so ein kleiner Drache, ne? Das passt aber zu den Hörnern, gell? Muss ich schon sagen. Ist cool. Haben wir da jetzt noch so andere da? Ähm... Nö. Nö, nö. Aber andere Augen wär mal cool. Die wären echt cool, wenn wir so andere Augen hätten. Sehensvermögen, Sehensvermögen, Kitty, Elfenmagie. Ah, das sind so Ohren, gell? Kann das sein, dass es so Ohren sind? Oh, die sind ja... Ne, die sind so ein bisschen... Oder? Achso, die Augen müssen wir ja mal wegmachen, dann sieht man es nämlich nicht. So. Das sieht, naja, ein bisschen freaky aus, ne? Ähm... Nein, das ist dann auch nicht so das wahre... Wie sieht eigentlich das hier aus? Wenn wir die hier nehmen? Oh, das ist gut. Da ist so ein bisschen... Können wir auch ein bisschen kleiner machen. So. Mhm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Das ist schon mal sehr gut. Also da haben wir hier... Hände. Ich glaube, so Hände gibt's nicht so viele Möglichkeiten. Nö. Füße haben wir ja. Ähm... Ach, hier, Ohren wollte ich hier noch machen. Ohren. Hä? Ähm... Ohren. Hä? Ähm... So. Was sieht das aus? Ich glaube, die Elfenohren nicht so... Eher so Kitty... Höchste... Hm. Da hat er auch schon mal so Ohren, ne? Auch schon mal sehr nice. Auch schon die Ohren ein bisschen... Andere so positionieren. Hat die ja eigentlich hier an der Seite so, oder? Wenn man mal so sagen darf. Also dann so sagen die Haare. Ja. Wird mir schon gut gefallen. So. Dann noch mal ein paar äh... coole Sachen. Ähm... Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit Stufe 5. Dann können wir das mal wegmachen und können wir die hier dran machen. So. Das können wir ein bisschen kleiner machen. Hä? Hä? Wie sehen die denn aus, hä? Hä? Man könnte auch natürlich nur so machen. Das geht schon mal nicht. Aber dann kann man hier so... Vielleicht so hier am Rücken. Man hat Haiflöse. Dann werden wir die wieder hier nehmen. Ja. Das sieht doch schon mal ganz cool aus. Dann werden wir nochmal... Hier werde ich nochmal machen. So. Haben wir schon alles ausgegeben, oder was? Also Gesundheit haben wir hier schon gewaltig eigentlich, ne? Jetzt weiß ich nicht, ob ich... Kann man hier nicht ranzoomen? Ähm... Ach, das sind die Dinger. Okay. Alles klar. Mal gucken, was man da noch machen kann. Ähm... KNOTE BEZAUBERn Bezaubern... Behzaubern, bezaubern, bezaubern, bezaubern. Schleichen... Schleichen... Gesundheit... sprinten... Bezaubern, Jacquatus. Spre Costa, Stein Zaubern Ne? Sprinten, skirt. Sprinten, oh? Soo Bezaubern, 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 schleichen, Schleichen... dahin machen. Wie wäre das hier an der Seite so? Hm, sieht das gut aus? Okay. Hm, ich würde es so lassen. Das sieht eigentlich super aus. So farblich gestalten, anders da. Da. Ein bisschen anders gestalten. Ich würde gerne... Aber das Grau passt gerade so gut mit der Maske hier vorne. Ähm. Äh, nein, das wollte ich jetzt nicht. Wir lassen den einfach so, weil ich finde die Farbe ganz cool. Und das hätte auch keiner beschwert über die Farbe. Und deswegen lassen wir das mal so. Wir lassen das jetzt einfach so. Ah, die Augen! Die Augen! Die Augen! So, meine Freunde! Ich würde sagen, wir beenden diese Folge erst mal. Ähm. Ich finde ihn so cool. Ja, vielleicht hätten wir noch hier ein bisschen weiter machen können. Aber egal. Wir werden dann in die nächste Folge in die Stammphase gehen. Und mal schauen. Mal wirklich schauen, was wir da noch alles erleben werden. Ähm. Ich bin selber gespannt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir da eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sagen, wir sehen uns die nächste Folge wieder. Macht's gut! Bis dahin! Ciao!